Also auf der Bank brauche ich gar nicht Rucke. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Die haben da Bock mit das Gebäude bei der Abrechnung irgendwie. Die Nachzahlung kriege ich mit dem Letzten Lohn. Für den Monat. Geil, Geil, Geil. Na, stecken wir mal. Ne. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Und das ist noch ein bisschen zu viel ran steigen. finde ich gut, da habe ich höchstens ein bisschen Luft da habe ich höchstens ein bisschen Luft vor dir ja, ich kann es doch nicht fahren wie du jetzt machst ich habe schon so mit Hilfe Probleme aber ich kriege die Kurven hier auch nicht so wie ich es eigentlich nehmen sollte gerade aber hinter mir kommt wieder, das kannst nur du sein ein bisschen das war mal größer du müsstest mich eigentlich schon sehen sag ich doch, ich kriege die Kurve nicht so wie ich sie eigentlich nehmen sollte ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen ja, da komme ich auch wieder zu weit die Kurve kriege ich auch nicht so wie ich sie die war okay die war alles andere als wie okay jetzt klebst du am Arsch und jetzt hast du mich wahrscheinlich ja, aber wenn ich solche Fehler mache dann die die dann die 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 Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ja. Oh ja. 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 Oh! Jups! Man, erst das hier! Ganz außen. Ne, der andere Ferrari. Ne, der andere Ferrari. Ja, ich bin schon auf 16, viel fehlt dir auch nicht, bis 25. Oh je, die streckt. Ey, ey, ey. Da hatte ich schon immer Probleme gehabt. Und wo auch um die Kote. Ja, meistens die. Ja. Alles fertig, wir sind bereit. Ja. 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 Und... Schaut, schaut, schaut. Hier. Ah ja, Benzin. Ja. Äh, warte. Ne, automatisch. Oder habe ich jetzt das Falsche? Ah, jetzt habe ich Falsche mal gedrückt. Ja. Ötlen? Ja, ich bin da, aber ich kann nicht umschalten. Ich schalte nicht um. Irgendwie selber. Aber jetzt steht es gerade auf Null. Ne, gerade auf Null. Ja, das schaltet sich automatisch hoch. Ja, jetzt ist es auf 5. Und ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. Und ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. Und ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. Ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. Ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. Ja, das war mal gut abgefallen. Ich bin ja kurz vor der Ziegeliebe. 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 Und ich guck was da unten steht und mal auch voll raus. Aber, Gott sei Dank, kann ich noch weiter fahren. Okay. Und den falschen Dinger und dann besitzt. Ja. 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 ... ... ... ... ... ... ... Hmm. 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 Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Ne, ne, ich bin schon nicht. Ich bin schon nicht. Ui. Jetzt wäre ich da noch rausgefahren. Ich bin schon nicht. Ich bin schon nicht. Ich bin schon nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die letzte Runde des Rennens 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 Die letzte Runde des Rennens